So, jetzt aber. Bitte. Monster Spanner oben. Was? Monster Spanner oben. Ah ja, alles klar. Aktivieren wir gleich. Aber wenn der so weit oben ist, müssen wir da zum zweiten Minimum hin. Das kriegen wir dir nicht. Warte, wo ist der? Ah ja, das ist eine saublöde Stelle. Da muss unten einer... Ne, warte. Bleib nur mal da stehen, ich aktiviere jetzt. Und du fängst die ab, die runterfliehen. Ja. Ach so, die anderen ist abgehauen. Ach, haben. Pläst ein Marble Grenade-Teleport zurück zur Gate, indem du wieder aktivieren. Okay. Ja, das ist cool. Ja, das kannst du dir an irgendeinem sicheren Punkt hinstellen und dann kannst du voll in die Gegner reinrennen. und ich bring's dich auf Lowlife und haust dann ab. Dann stelle ich das mal kurz hier hin. Monster Spanner geht ja noch einmal, ne? Ja, ich hab das Portal gefunden. Monster Spanner geht mehrmals, ja. Zweimal geht er. Genauso wie diese komische Stationen auch zweimal immer was abwerfen. Genau. Den aktivieren wir auch gleich nochmal. Wir brauchen nur schnell das Geld. Ich glaub, ich mein, der kostet jetzt 34 beim zweiten Mal. Und zu drittes sein Geld kommt ein bisschen schwierig. Deswegen stimmt auch die Behauptung nicht, dass es zu mehr als einfacher ist, weil man ja halt auch nur Drittel XP und Drittel so viel Geld kriegt. Aber man hat halt dreimal, du hast halt die dreifache Feuerkraft, theoretisch. Ja, deswegen ist es auch... Und es haben auch, glaub ich, dreimal so viele Gegner. Eben. Es ist etwa genau gleich schwer. Das ist ja das Tolle. Jetzt haben sie gut die Balance bekommen. Okay. Ja, ich hab hier noch ein... Ich hab hier noch einen Monster Spanner gefunden. Nein, nein. Das ist... Das ist gut, aber ich würde sagen... Ähm... Ich würde sagen... Ja, du würdest sagen. Ich geh mal kurz rüber zu dem ersten Monster Spanner. Jo, kommst du kurz mit? Ja, ich stehe hier gerade am Portal und fahre ein bisschen Knete. Achso, da ist ja da ein Gate, bin ich da ein Gate. Ich hab hier noch einen Monster Spanner, einmal diese... Diese Kummo-Shut. Ja, ich hoffe immer gerade gut bei dem Monster Spanner. Kann man bitte jemanden kommen? Schon unterwegs. Okay. Ist das Gate-Scheat? Okay, keine Sorge, hier kommt keiner durch. Okay, falls du eine Drohne findet, ich hab ein Repair-Kit, das heißt, du können hier uns krösten und krallen. Heads-Dumpfers hast du bekommen, ne? Okay. An der anderen, die das nicht kennen, weil ich glaube, wir hatten es im letzten Run nicht. Ziemlich cooles Item, weil ich keinen Fallschaden mehr krieg, aber wenn ich aus der großen Höhe falle, äh, Schaden anrichte, wenn da Mobs stehen. Komm mal rüber, ich brauch bestimmt mal Items, also die nächste Kiste oder so hätte ich dann gerne mal. Kein Moment, ich muss jetzt mein Fluchtdruck hier platzieren, wieder, soweit es aufgeladen ist. Äh, ich... Da ist der auch nur ein... Weck-Item. Old Pox, schaust du, wie enemies when attacked. Das ist gut. Ja, das... Ah. Das ist auch ein rotes Item, also das heißt, das ist einfach ein... Ja. Okay. Und Smart Shopper, sehr schön. Alles klar, ich... Öffne, ähm... Machst du Portal? Nee, ich mach jetzt immer... Oder machen wir eben den Monster Spawner. Wo war der nochmal? Ich hör bloß zu, wer das Pfeile. Ja, der ist bei mir. Lens Marker, ist klar, also waren das nicht die, die doppelten Schaden machen können? Ah, das ist der Teleporter. Ja, das wollte ich mir... Das ist ein Item, den ich brauche. Tab, Speed, Crit und Durchdringung. So, mach... Möch' sagen, frühstücken wir kurz den, äh, Spawner ab und dann ist, äh, Teleporter dran. Mhm. Wo ist denn der Spawner? Natürlich. Bei mir hier oben. Ja, Inklusion, sehr schön. Ah, Oh, lass Marco die Teile klauen. Hehe. Oh, Feuer. Uh, wo zieht der? Ist da oben noch was? Äh, ja. Ähm, da oben müsste noch ein... ...Glückstatue sein. Jo, die snack ich mir noch. Falls du nicht genug Geld hast. Du kriegst mich nicht. Huch! Huch! Äh, aber du bist doch der beste Weg, mich zuvor. Aber so nicht. Ah! Box-Tunsch, ne? So. So. Dann spiel das Thema Platz. Ah, der Mord hat sich auf den Mord noch. Okay, das Ding mag ich nicht. So. Achso, den hab ich bekommen, gut. Ja, Teleporter. Okay, ich geh hin. Warte, hier unten ist auch noch ne Glückstatue. Ja, die hat die schon ein bisschen abgedacht. Mach trotzdem mal. Alles klar, dann Teleporter. So, was kriegen wir? Ah. Ähm, Boss, hallo? Paddy Bear. Ja. Ah. Colossus. Sehr schön. Direkt mit vollem Elan drauf. Okay, Moment, ich verpazieren kann. Garanten. Hau ab, fliege. Geht, blöde fliege. Na, der hat ja lang gelebt. Colossus down. Hm, du's item. Äh. Ich hab, ich hab jetzt genau drei items. Yay. Ich hab zwei auf der Zubeseite. Okay, ich glaub, ich hab ein... Ich hab, äh, ja. Ich glaub, ich hab ein bisschen... Klein itemvorteil. Ja. Aber dafür hab ich auch das Geld. In dem Einzelkampf nimmt's der Mortar nicht so wirklich, oder? Ne. Aber du hast eine tolle Kombi, äh, Mortar und... Inksbombs, ähm, Boxhandschuhe. Die hab ich. Ja, hab ich doch gesagt, du hast eine tolle Kombi, nicht damit. Ach so, du meintest du das nicht. Die können beide bleiben. Und ich bin gerade etwas lowlife. Übrigens, die Krabben können wir die Lücken drüber. Hast du so, du kommst hier jetzt hervor? Und wer? Äh. Wow. Das ist wirklich nicht. Egal, schieß ich auch so. Ist hier irgendwo drin. Wer spawnt hier? Nichts, irgendwas spawnt hier. Lies doch, remaining enemy steigt. Zwei. Ja, hier passt's doch. Ach, ja, jetzt passt's. Alle sind tot. Äh. Noch irgendwo itemboxen? Auch was. Nope. Also, ich hab keine mehr gesehen. Ist das mal hier hinten, du? Ich auch nicht. Da waren wir eigentlich. Ich bleib da mal am Portal. Und hier unten war, glaub ich, noch eine Statue. Bin gleich da. Sekunde. Na. Wie alt ist denn das? Ich hätt mich vielleicht nicht zurück teleportieren sollen. Dann wär das minimal schneller gegangen. Habt ihr noch was gefunden, oder soll ich? Äh. Ach nee, ist kaputt. Nein, mach. Okay, mach. Gibt's halt noch ein paar XP. Fast Level auch. Ja, fast. Am nächsten. Am nächsten, den ich rumgehe, bin ich Level. Container hast du? Okay. Ah, ich mag das ja, weil ich hier erst sofort ne Kiste. Ja, Sniper. Und hier sind ein paar Sniper's, die jetzt mal gerade, gerade bitte ganz gut sterben gehen. Loll. Ich hab doch hier das Drohnenrepair-Kit. Weil so ist die Drohnen da nicht. Naja, das Repair-Kit repariert beschädigte Drohnen. Nicht kaputte. Wenn die rauchen, dann muss sie aktivieren. Na verdammt, wurde das gerne das Kind früher. Soweit ich weiß. Also, als ich's noch mit Damme gezockt hab, dann ging das. Das ist ne Raketendrohne, oder? Ja, schwerer. Ah, und direkt noch einer. Und mein Spiel hat, dass ich gerade kurz aufgehängt war, ist anscheinend ja da geblieben. Wow, Pilzen. Was ist das, blöd? Pilzen? Ah, und was ich noch machen muss, ist diese Dinger, die sich teleportieren können. Die Imps. Ja, die nerven doch eher mal. Ah, ja, die nerven ziemlich und ich... Okay, ich hab den Arm bricht das. Wow, das ist ein Schaden. Ich sollte mit dem Individuen nicht in den Melee gehen. Ne. Äh, ich hab hier ein Use-Item. Äh, möchte wer schnell kommen? Äh, es übermattet glaub ich noch keines, oder? Ja, was für ein Use-Item? Ähm, kannst du dir das, möchtest du das Drohne reparierte, da sie die Drohne haben, oder möchtest du das Raketending? Raketen. Alles klar. So, die ist auch drauf. Ja, ich hab gerade schon ein Use-Item gefunden. Den Spiegel. Was macht der nochmal? Okay, dann, aber ich. Aber den brauchen wir nicht. Oh, da unten ist sowas. Das Schönste, ich kann einfach ins Blinde ballern, die Raketen finden ihr Ziel. Was bist du denn? Ah, hier oben. Also ganz oben. Ja, ja, ich komm hier. Na, nix mehr? Das scheinen alle gegen die. Ich tausch schon die ganze... Ich tausch schon die ganze... Ich tausch schon die ganze... Ja, danke. Ich zieh ja nicht auf den. Oh, jetzt. Ein Glück haben wir den Smart Shopper so früh bekommen. Ah, dann. Damals auch. Komm her, Geld. Ja. Sehr schön. Missile Launcher. Jetzt geht's aber ab bei dir. Um eine MG-Drohne. Oder? Das müssen eine MG-Drohne sein. Uh, eine schwere. Schriftstürme, macht ihr das? Na, ich hab auch einen Mortal-Aunt. Ich mag die Dinge nicht. Ja, also im Endeffekt das Raketending ist schlechter. Ich binнять was, glaube ich. Bis zum nächsten Mal.